Hallo, hallo ihr Lieben! Schöne Grüße hier von den Seidenraupen. Wie ihr seht, sind sie sehr gut gewachsen. Und dort im Hintergrund, dort ist schon mal etwas aufgebaut, damit sie sich gut verpuppen können. Und hier seht ihr den ersten Kokon. Da sitzt eine Raupe so ein Stück weit drauf. Es geht also los. Die lieben Kleinen fangen an, sich zu verpuppen. Hier drüben ist nochmal einige Seidenraupen. Die hängen jetzt schon kopfüber und warten drauf, dass sie in die Phase des Verpuppens kommen. Heißt also, es wird demnächst an diesen senkrecht stehenden Zweigen ganz, ganz viele Kokons geben. Zumindest von den Raupen, die jetzt schon so dick und rund sich gefressen haben. Die etwas kleineren haben noch Zeit. Die dürfen natürlich noch etwas weiter fressen. Ja, soviel erst einmal heute von den Seidenraupen. Ich wünsche euch einen angenehmen Montagmorgen. Morgen Tschüss! dann